Wir befinden uns hier in Lake Tahoe, einer sehr, sehr schönen Gegend in Kalifornien und ich habe das Privileg hier, in dieser netten Hütte, diesem Cabin zu wohnen, vor der Zeit des Aufenthaltes. Und da will ich euch kurz ein bisschen reinführen, da am Eingang steht ein großer, mächtiger Bär, der darauf hindeutet, dass es hier in der Tat Bären gibt und man tunlichst keine Lebensmittel außenhalb aufbewahren sollte bzw. auch im Auto lassen sollte. Ja so, und das ist auch nicht so, wenn es in der Tat Bären gibt, ist es an der Tat Bären